ARD Text im Auftrag von Funk Also Michi bei Catwoman Das Einzige, was mir das einfallen, was passt Ja, finde ich auch Hatte ich auch gemacht vorhin Du wärst kein Possivel Ja, definitiv Superman mit den Unterhosen auf jeden Fall Superman mit Unterhosen Stimmt, mit 3 Punkten The Flash Flash Ich wär glaube ich Hulk Spider-Man Superman Also da Spider-Man und Batman nicht in echt gibt Ganz zwar Superman Wir zwei Superman Ich glaub Superman Ich will nicht so einen Scheiß Maske aufhaben Ich würde auch sagen Superman Da kann man schön überall herfliegen Ich glaub das kommt ganz cool Ich find Spider-Man nicht schlecht Und man so Schild die Stand Superman Spider-Man Ich hab keine Ahnung von Ich weiß nicht Philipp wär Hulk Ich glaube Max Max wär Superwoman Ich hab keine Ahnung Wer der beste Superheld ist Ich verliere immer bei Crystal gegen Hans Ich hab ja die Superheld Ich hab ja die Superheld Stecker Und meine Crocs Also die ich jetzt nicht anhalte aber Ich hab immer die Crocs Batman Obdose von Ben dabei Ja Darutz hat keine schlechten Angehoren halten Darutz ist immer pünktlich Um seinen Laptop zu schmeißen Immer schlechter Darutz schläft immer bei Licht aus Noch schlechter Darutz hat die Tendenz dazu unpünktlich zu sein Von Ty Von Ty Er schwitzt zu viel Und dann denken wir immer alle Wir machen nichts Dass Hans so spät einschläft Wennưới at Ich hab meine Mitbewohner Zeit Woody Zu vielans понимаю Langsam essen Na toll Das gibt's keinem Jaaaa Also nicht, dass ich Also, dass ich mich irgendwas stören muss oder was ich nicht selber auch mache Schlechteste Angewohnheit sie legt dich ins Bett und schlägt davon ein. Dass alle ewig lange wach bleibt, immer. Korrektheit bei Mareika. Immer pünktlich. Zu schnell explodierend, manchmal. Jonathan? Ein bisschen verkrampft fest manchmal. Verkrankt fest. Keine Stechnik. Sieht so toll. Doch, ich hab Stechnik. Mach zu viele Fotos. Verplant? Ja. 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 Ja.